Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Escape von Tarkov. Heute soll es um Street of Tarkov gehen. In den letzten Monaten haben wir relativ viel Content gesehen zur neuen Map und ich würde jetzt einmal mit euch zusammen die Videos und die Fotos durchgehen. Vielleicht sehen wir noch das ein oder andere, was uns zu Anfang gar nicht direkt aufgefallen ist. Der erste Punkt, der mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass wir zu Anfang des Videos in der Luftperspektive in Richtung unseres Charakters gekommen sind und wir diese Animation, ich nenne es jetzt mal Animation, nicht noch einmal in weiteren Videos gesehen haben. Das bedeutet für mich, es könnte eventuell sein, dass dies ein Spawn war und dass unsere neue Spawn-Animation ist, also dass wir quasi von der Vogelperspektive nämlich jetzt mal in unseren Charakter kommen und erst ab da die Runde beginnt. Das ist natürlich nur eine Idee, weil das Ding ist ja auch, dass die Map ja auch einen Moment braucht, bis sie richtig geladen ist und so und dass dies vielleicht diese kleine Überbrückung ist zur Ladeanimation für die Karte selber. Der zweite Punkt ist, dass wir im Trailer sehen, wie bei einem Schusswechsel der Bilderrahmen sowie andere Objekte vom Regal fliegen, wirkt sehr stimmig und ich bin natürlich auch gespannt, ob dies bei den anderen Karten genauso passieren wird. Das bringt uns auch ein gutes Stück weiter in puncto Qualität und lässt natürlich auch im Fight die Stimmung etwas höher steigen. Ich persönlich liebe so kleine Details in Spielen, gerade beim Fighten gibt es nochmal diesen gewissen Kick, den man in Häuser kämpfen haben möchte und da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Als dritten Punkt haben wir den bemannten BTR-80, ein sowjetischer Schützenpanzerwagen mit einer 30mm Kanude des Typs 2A72 mit einem Triturm, feuert üblicherweise eine 30x165mm Patrone ab, wenn man natürlich nach dem Originalvorbild gehen darf und ich denke mal, dass dieses Fahrzeug als Taxi gilt, also so wie wir die Exits auf den Karten selber kennen, nur dass wir dies nicht als Exit benutzen, sondern wahrscheinlich, um von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C zu kommen, ohne dass wir diese Strecke laufen müssen, weil ich denke mal, dass die Karte sehr groß sein wird und man vielleicht von einem zum nächsten Punkt sehr lange benötigt und so kann man dann gegen Rubel, gegebenenfalls Dollar oder Euro, wie beim Exit benutzen kann und man sich dann einen Punkt der Karte aussuchen kann, man dorthin gefahren wird und ich denke aber mal, dass wir diese Waffen auf dem Panzer selbst nicht benutzen können. Ich denke mal, das wird die KI dann benutzen. Ich bin dann auch mal gespannt, was wir als Gegenwehr bekommen, weil als Infanterie muss ich ja eine Möglichkeit haben, dieses Fahrzeug dann auszuschalten, wenn es dann vielleicht auf mich schießt oder ähnliche Sachen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was wir dort in die Richtung noch bekommen werden. Zum Thema Scafbosse. Die Goons werden zu 100% auf Suite of Tarkov sein. Ob weitere Scafbosse da sein werden, kann ich nicht jetzt zu jetziger Stelle sagen, werden aber höchstwahrscheinlich kommen, weil ja die Karte eine bestimmte Größe hat und da wäre ihr langweilig, wenn da irgendwie nur ein oder zwei Bosse drauf wären. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dort auch weitere Bosse geplant sind, weil, wie Nikita ja immer gerne sagt, dass ja Suite of Tarkov ja Hauptbestandteil des Spiels sein wird und es den größten Teil des Spiels halt einnehmen wird, weshalb wir dort noch einiges sehen werden. Gerade wenn auch der Lightkeeper ein Erfolg sein wird auf Lighthouse und auch alles so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, werden wahrscheinlich mehrere Händler ihren Platz auf Suite of Tarkov finden. Gerade Therapist, muss ich ehrlich sagen, würde auf Suite of Tarkov sehr gut passen, denn in Suite of Tarkov, auch wenn wir bis jetzt noch kein Krankenhaus gesehen haben, wird sicherlich eins kommen, weil wir kennen alle, in einer Großstadt gibt es halt nun mal ein Krankenhaus und was wäre Suite of Tarkov ohne ein Krankenhaus? Also das wäre wirklich eine sehr, sehr komische Stadt. Was mir auf Suite of Tarkov vielleicht noch gut gefallen würde, wären so Kleinigkeiten, solche Questline, wo wir verschiedene Codes für Türen freischalten. Bedeutet zum Beispiel, wir nehmen jetzt irgendeine Tür, die ist abgesaved durch ein Zahlenschloss. Bedeutet, wir müssten, bevor wir das Zahlenschloss aufmachen, müssten wir zum Beispiel erstmal den Strom aktivieren. Dann könnten wir dann Zahlencode eingeben, den wir gefunden haben, bekommen haben oder vielleicht sogar gekauft haben und dadurch können wir dann zum Beispiel Türen öffnen und dorthin befindet sich dann ein bestimmter Loot oder ein Durchgang zu einem anderen Map-Bereich oder ähnliches. Also ich fände das wirklich schon sehr cool, wenn das irgendwie so umgesetzt werden würde. Ob es natürlich so ist, weiß man natürlich nicht. Aber ich finde, das wäre natürlich sehr cool, weil das würde so noch ein bisschen die Spielwelt beleben. Man hätte nochmal einen Anreiz, vielleicht auch nochmal irgendwie die Quest zu machen, weil man halt vielleicht in die Räume rein möchte und man kann sich dann austauschen, hast du den Code schon, hast du den schon, hast du das schon gefunden, ne? Also man könnte da schon sehr viel machen und ich glaube, es wird auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also es wäre halt nochmal eine ganz andere Erfahrung, die wir in Tarkov nochmal sammeln können. Schön zu sehen ist hier, dass wir einmal das Paimbooth-Hotel sehen und im Hintergrund noch ein Gebäude. Das Hintergrundgebäude kann man von damals noch von einem Uraltbild noch einmal sehen. Das habe ich euch hier jetzt einmal in vier Etappen einmal aufgezeigt. Auf der linken Seite unten seht ihr das Bella Grande Café. Daneben seht ihr die Tabank. Darüber seht ihr das blaue Gebäude plus das Paimbooth-Hotel von hinten. Das aktuelle Bild. Das rechte Bild oben seht ihr das alte Bild, was vor, weiß ich nicht, vier Jahren gepostet worden ist. Dort sehen wir den UN-Heli, den wir schon mal auf einem Bild gesehen haben, der abgestürzt ist. Das Bild blende ich euch jetzt gerade ein. Das hat man damals schon mal gesehen. Und dann haben wir oben links noch ein Gebäude, das ähnlich aussieht wie das Paimbooth-Hotel. Einmal von der einen Seite. Und dann sehen wir noch mal die Straßenansicht von dem normalen Hotel. Also ihr seht rechts dieses blaue Gebäude, dieses hohe Gebäude neben dem Heli. Dann seht ihr unten den Heli und die Straße weiterführen von der anderen Seite noch mal, was ihr unten rechts seht quasi. Irgendwie ein sehr interessantes Bild. Das ist wirklich sehr, sehr alt. Aber man sieht, wie die Straßen dort weiterführen und dass man die Straßenbahnschienen scheinbar damals schon hatte. So, wenn wir jetzt noch die Hauptstraße nehmen, sehen wir einmal rot umgerandet einmal diesen Kreis, den wir einmal unten rechts und oben links sehen. Und das Gebäude links und oben rechts. Eigentlich sehr interessant, ob die Gebäude jetzt wirklich zusammengehören, weiß ich nicht. Aber man sieht halt unten rechts auch die Straßenbahn links. Das heißt, es könnte schon die Straße sein, die dort lang führt. Ein sehr interessantes Thema, muss ich euch sagen. Weil ich habe das jetzt natürlich auch nur so gesehen, habe das so ein bisschen zusammengesetzt, geguckt nach alten Bildern, die ich noch so kannte. Und genau, hier sehen wir jetzt noch mal dieses blaue Gebäude hinter dem Pinewood Hotel. Und genau, das können wir quasi auch noch mal am Kino sehen. Plus noch mal an der abgestürzten Straßenbahn. Das bedeutet, irgendwie sind die Bilder schon relativ gut verknüpft miteinander. Wirklich sehr, sehr interessant. Und wir haben ja noch das Concordia, das große Hotel, was da ja noch kommt. Also ich bin echt mal gespannt, wie die ganzen Bilder zusammengesetzt sind und wie die Map an sich aufgebaut ist. Also es ist ja wirklich schon nur dieses kleine Teilstück ist ja schon extrem groß. In diesem Videoabschnitt sieht man möglicherweise einen Goon-Bereich, weil man dort eindeutig die Piratenflagge sieht. Bin echt mal gespannt, ob wir dort eventuell auch die Robes haben, die uns das Leben dort eventuell schwer machen möchten. Ich habe auch schon gesehen, ein paar Bereiche kann man dort auch begehen. Und ja, das könnte auch ein sehr interessantes Gebiet werden. Ja, ihr seht, eine sehr interessante Sache. Mir gefällt die Map auf jeden Fall schon sehr gut. Auf jeden Fall die Teile, die ich jetzt bis jetzt schon gesehen habe. Und bin auf jeden Fall mal gespannt, welche Bereiche später noch begehbar sind. Und das soll es dann auch schon gewesen sein für dieses Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Falls ihr mir auf Twitch folgen wollt, könnt ihr das gerne machen. twitch.tv slash mandrock7 Und wir hören uns entweder im Stream oder beim nächsten Video. Bis dahin, haut ihr rein und noch einen angenehmen. zum nächsten Mal. Vielen Dank.